Ihr Leute damit, willkommen hier nur zu einem ganz kurzen kleinen Video. Hierbei soll es nochmal um die Aufgabe Bade im violetten Becken von Steamy Stacks gehen, denn aktuell haben wirklich sehr viele Leute Probleme, die abzuschließen. Ich zeige euch jetzt mal ganz kurz, wie ich die gemacht habe und wie das Ganze auch wirklich funktioniert. Ich bin hier natürlich zum Gebäude am Rand von Steamy Stacks geflogen, denn wie ihr gerade hier sehen könnt, renne ich gerade in das Gebäude rein, wo auch das violette Becken ist und dann bin ich dann natürlich erst so ein bisschen baden gegangen und es ist nichts passiert, wie man sieht. Die Aufgabe wurde nicht abgeschlossen, ich bin die ganze Zeit rumgeschwommen, nichts ist passiert. Ich bin extra ein bisschen länger drin geblieben, aber ihr werdet gleich sehen, was ich gemacht habe, damit es geht. Und zwar, ich habe mich einfach rausgebaut und danach hat es gezählt. Man sieht hier, die Aufgabe wurde abgeschlossen, also schwimmt erst mal ein bisschen da drin und springt dann raus, geht ein bisschen weiter weg vom Pool und dann sollte das Ganze gehen. Also ist ein bisschen komisch, also wenn ihr nur im Becken herumschwimmt, dann zählt das nicht direkt. Ihr müsst also noch aus dem Becken herausgehen und erst dann wird das Ganze zählen. So geht das Ganze, wollte ich kurz gezeigt haben, wie ich das Ganze lösen konnte. Und das war es mit dem kurzen Video. Lasst einen Daumen nach oben da. Bis dann und ciao.